Ich grüße Sie hier aus der Markuskirche zu unserer Andacht, kurz vor Pfingsten. Morgen wäre Anstich der Bergkirchweih. Vieles lockert sich, manches auch nicht. Manche warten, bis endlich wieder alles normal ist. Und vor lauter Warten nehmen wir manchmal das, was jetzt ist, gar nicht mehr wahr. Ja, wissen Sie, wie es schmeckt, die erste selbstgeerntete Erdbeere aus dem Garten zu probieren? Haben Sie gesehen, wie diese Woche die Rhododendren aufgeblüht sind? Kennen Sie den Geschmack eines selbstgebackenen Brotes mit guter Butter und ein bisschen Salz? Meine Tochter hat diese Woche ihr erstes Sauerteigbrot gebacken. Mit einigen Schimpfen über den klebrigen Teig und dass es so lange dauert. Aber dann hat sie es gebacken und wir haben es angeschnitten und zusammen gegessen. Ein Moment der Freude, des Glücks, der Dankbarkeit, das war sehr schön. Alltagsglück. Alltagsglück, ein langer Spaziergang, bei dem man irgendwann das Gefühl hat, es läuft einfach von selber. Oder zu merken, einen Gedanken plötzlich im Kopf zu haben, den man noch nie gedacht hat. Alltagsglück, das einem einfach geschenkt wird. Jesus sagt, schaut die Lilien auf dem Feld an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und unser himmlischer Vater versorgt sie doch. Jesus sagt, seht auf die Lilien. Die Lilien auf dem Feld damals, die hat man nicht in einer Gärtnerei oder einem Blumenladen gekauft. Die Lilien auf dem Feld zur Zeit Jesu, das war so viel wie Unkraut. Mehr nicht. Das war auf dem Feld, was mancher Bauer heute am liebsten wegspritzen würde. Unkraut eben. Kornblumen, Margeriten, Löwenzahn, Gänseblümchen. Die Pflanzen auf dem Feld, die eigentlich überflüssig sind, die nicht gebraucht werden. Vielleicht schön, vielleicht hält mal ein Auto an und pflückt einen Strauß. Aber eigentlich wichtig, eigentlich zu gebrauchen, sind sie nicht. Sie sind überflüssig. So sagt es auch Jesus selbst. Zuletzt werden sie eingesammelt und verbrannt. Sie sind nicht zu brauchen. Seht die Lilien auf dem Feld an. Sie sind einfach so da. Es geht nicht darum, ob sie besonders nützlich sind. Sie sind da. Gott schenkt sie uns und ich glaube, er will uns mit diesen Lilien zeigen, wie wir auf das Leben schauen. Er will uns helfen, das Leben zu entdecken, das uns einfach so geschenkt wird. So wie der Duft eines frisch gebrackenen Brotes eben oder die Freude über die Spiegelung der Abendsonne in einem See. Es gibt von dem Reformator Thomas Münzer, einem Zeitgelossen von Martin Luther, den Gedanken der langen Weile. Es geht nicht um die Langeweile, die Kinder überhaupt nicht gerne mögen. Und vielleicht haben Sie in der Zeit des Shutdown diese Langeweile auch neu kennengelernt. Früher hingen wir als Kinder schon oft mal rum und fragen, Mama, uns ist so langweilig. Was können wir denn machen? Hast du vielleicht was Gutes zu essen? Dürfen wir fernsehen? Geh raus, sagt sie, geht an die frische Luft oder räumt eure Zimmer auf oder helft mir hier in der Küche. Oh, wir haben uns schnell wieder getrollt, um nicht gleich für die Arbeit eingespannt zu werden. Zeit muss sinnvoll genutzt werden und wenn einem langweilig ist, dann muss man eben dafür sorgen, dass man etwas zu tun hat. Thomas Münzer aber weint mit dieser langen Weile etwas anderes. Seine Langeweile hat eher mit diesem Alltagsglück und der Wahrnehmung zu tun. Er selbst war kein einfacher Zeitgenosse, ein sehr kämpferischer Reformator, der seinen Kampf im Bauernkrieg mit dem Leben bezahlt hat. Gleichzeitig hat er eine sehr tiefe innere mystische Glaubensgewissheit in sich getragen, und hat diese Langeweile als eine Kunst, die man lernen kann, beschrieben kann, als ein Geschenk, was in uns wachsen kann. Gerade in einer Zeit, in der wir mit unserem Leben äußerlich und innerlich nicht mehr mitkommen, brauchen wir es innezuhalten, um uns neu auszurichten, um anzuhalten, zu verweilen. Vielleicht ist oder war die Zeit, in der vieles jetzt nicht sein konnte oder jetzt eben die Bergkirchweihe nicht sein kann oder der Kirchenchor nicht stattfindet, eine Zeit, um zu verweilen und die Momente des Lebens und des Alltagsglück neu wahrzunehmen. Verweilen, lauschen, spüren, die Vögel und was immer auf dem Balkon zu entdecken ist, eigenen Gedanken nachzugehen, einen Geschmack neu zu sehen. Auf Parkbänken darf man getrost wieder sitzen und den Blick und das Herz kann man schweifen lassen. Jesus sagt, schaut die Lilien auf dem Feld an, sie säen nicht, sie ernten nicht und unser himmlischer Vater versorgt sie doch. Thomas Münzer sagt, die Langeweile beginnt mit etwas, das uns tatsächlich erst mal innehalten lässt. Ein Erschrecken, ein Staunen, er nennt das Verwunderung. Die Ausbreitung des Virus hat uns tatsächlich erschrecken lassen, innehalten lassen. Sie hat uns zum Innehalten gezwungen, äußerlich und viele auch innerlich. Gewohnheiten, Sichtweisen, Sicherheiten wurden uns genommen. Manchmal ist es auch was Schönes, eine Meise, die sich im Wasser badet, das ich entdecke und das mich zum Staunen bringt und damit zum Innehalten. Ich unterbreche meinen gewohnten Gang, den Trott des Alltags und merke vielleicht, wie wunderbar und wie vielfältig Leben sein kann. Thomas Münzer sagt, wenn wir länger innehalten und dabei bleiben, kommt es zu einem zweiten Schritt. Dieses Innehalten wird tiefer und es führt zu so etwas, was er Entgröberung nennt. Entgröberung. Man könnte vielleicht auch Verfeinerung sagen, aber ich finde es trotzdem ein tolles Wort. Entgröberung. Ich setze Prioritäten, ich ordne mein Leben, ich miste mein Leben aus. Wie viel Müll ist jetzt sozusagen gelagert und warte darauf, in die Wertstoffhöfe gebracht zu werden. Ich ordne mein Leben, ich ordne meine Seelenkammern, um dem Wesentlichen in meinem Leben wieder neu Gewicht zu geben und Raum zu geben. In diesem zweiten Schritt reinigt sich gewissermaßen der Acker meines Herzens von Düsteln und Dornen, von Steinen, das falsche Ego, meine Eitelkeiten, Weichen. Wie viel an Sicherheit hat uns diese Zeit genommen und wie viel Verletzlichkeit hat sie auch gezeigt. Haltet euch selbst nicht für klug. Das ist auch ein Ergebnis dieser Zeit. So wird dann immer mehr der Raum frei in mir. Und Thomas Münzer sagt dann, wenn dieser Raum frei wird, wenn das Herz wieder offener wird, dann wird auch so etwas wie Sehnsucht nach Gott frei. Er nennt das das Gott vermissen. Wird frei die Suche nach Gott und einem tieferen Halt in meinem Leben bei ihm. Wir werden immer mehr frei wirklich zu sehen. Wir sehen die Lilien auf dem Feld. Wir sehen uns als Teil der Schöpfung mit ihnen verbunden, miteinander gehalten bei Gott. Die Kunst der langen Weile wächst. Hinsehen, nichts müssen, nicht unbedingt etwas wollen, etwas durchbringen müssen, nichts haben müssen, einfach nur sein dürfen. Dankbar für den Moment, für die Güte Gottes, die mich hält, die uns hält und verbindet und uns nahe ist. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie, ja, dass Sie mit dem vielen, was jetzt wieder losgeht, sich nicht so sehr gefangen nehmen lassen, sondern noch etwas genießen von dieser langen Weile, das Alltagsglück immer wieder entdecken in einem Bissen Brot oder einer Blume. Lassen Sie uns beten. Gott, öffne mir die Augen, mach meinen Blick und mein Interesse weit, damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne. Gott, öffne mir die Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam, damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe. Gott, gib mir ein vertrauensvolles Herz, das sich deinem Wort und deiner Treue überlässt und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie behütet. Amen.